Hallo und herzlich willkommen liebe Leute und liebe Freunde zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal und es ist wieder Zeit für das Duell Mario Whisker Powered by Dead Football Folge Nummer 5. Und wie ihr mitbekommen habt, in der letzten Folge Nummer 4 musste ich 100 Euro an die Community bezahlen, genauer gesagt an den lieben Georgius von München-Gladbach, der E-Sportler. Ja, mir ist bewusst, wenn ich um Geld spiele gegen Top 100 Spieler, dass ich dann auch mal verlieren werde und zahlen muss, aber Georgius hat es gleich am nächsten Tag bekommen und war natürlich dann happy und der Jan-Mann hat sogar einen Sub auf meinem Twitch-Kanal dann da lassen. Ja, in Folge 5 war mein Ziel wieder, die Null zu halten, das heißt die Null von den Zahlungen her. Ob es mir gelungen ist oder nicht, werdet ihr im Laufe des Videos erfahren. Ich habe natürlich wieder die wichtigsten Highlights für euch zusammengeschnitten. Es ging um 180 Euro Warnimport und für die, die es nochmal wissen wollen, jeder kann kostenlos mitmachen. Ihr möchtet nur live bei den Streams dabei sein und die Fragen richtig beantworten. In diesem Sinne wünsche ich euch mit diesem Video viel Spaß. So, auf die erste Runde, meine Damen und Herren. Heute, let's go. Gratulation Stefan Hahn, du bist der Erste heute in der Sendung, der gegen mich spielen darf, wenn er die erste Runde übersteht bei Memory. Ich hoffe, du kennst die Regeln. Schick mir bitte deine PSN-ID, du hast zwei Minuten für das ganze Zeit. Die ID habe ich noch nicht, aber einmal die ersten zwei Buchstaben habe ich. So, er sagt in der ersten Runde A und B, einmal Messi, einmal Messi. Auf jeden Fall schon mal um 10 Euro safe, Golden Goal. Bitte deine ID hier in den Chat und für die zweite Runde wieder zwei Buchstaben. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Donnerstagabend und bedanke mich schon jetzt, dass ihr einschaltet. Die Serie feiert es. Hier in den Chats kommen Darn-Dallas, Follower-Dallas, Likes-Dallas, Herze-Dallas, Abo-Dallas etc. Dead Football ist der Partner für diese Serie. Ich bedanke mich da schon mal, meine Freunde. Und meine Channels, vergiss natürlich auch nicht, Mario Whisker, überall findbar. ID kannst du nicht schicken, weil ich habe das ausgestellt, dass mir was schicken kann. Du musst jetzt hier reinschicken, hier in den Facebook-Chat. Bitte. So, zweite Runde, C und D. Schade. Okay, interessantes Team, FC Wurst, aber natürlich gibt es bessere. Aber solche Teams sind nicht zu unterschätzen, vor allem beim Golden Goal nicht. Gott sei Dank, 27 Minuten hat es gedauert, GG, Bruder. Bitte verlass das Spiel und danke, dass du mitgemacht hast in der ersten Runde. Wir starten gleich mit der zweiten, wenn du das Spiel verlässt. Bitte auf Start drücken und das Spiel verlassen. War eine schwere Geburt. War eine schwere Geburt und das ist halt immer FIFA. Aber vor allem FIFA 19 ist extrem random. Da kann so viel passieren. Wahnsinn, Wahnsinn. A, E, sagt er in der ersten Runde. Einmal Luis Figo. Zweites Mal Luis Figo. Kalladra Sarai. Bist du Fan? Okay. Cool. EFKAN, wieder nochmal zwei Buchstaben, 10 Euro Safe Goal und Goal hast du schon mal, A und C, einmal Best, einmal Best, wichtig, du kannst jetzt um 20 Euro gegen mich spielen, eine Halbzeit, wenn du jetzt einfach falsch liegst, spiel mir 10 Euro Goal und Goal, oder du versuchst weiter dein Glück und tust das Budget in die Höhe dran, Sander, der Roh, danke, dass du einschaltest, du weißt Bescheid, Herz da lassen, gefällt mir, abonnieren, Glocke aktivieren, ich stelle Fragen in den Chat, dann werden die zwei Schnellsten, die das beantworten, ausgelost, bloß noch zwei andere, und der Sieger spielt gegen mich Memory, und dann wird eben der Bot sich erspielt bei Memory, und dann wird gegen mich Fever gespielt, EFKAN, ich brauche noch zwei, C und D, einmal C für Maradona, Jungs, nimmst doch die 20 Euro mit, eine Halbzeit, ok, wir spielen Golden Goal, wow, ist auf jeden Fall schon ein besseres Team, wie der 1. in der 1. Runde, das wird schwitzig, wir spielen um 10 Euro Golden Goal, let's go, Oh mein Gott, was ist das für ein scheiß Autokorrekturpass, FIFA, auf mal wieder, Mann, wichtig, GG Bruder, war richtig spannend schon wieder, aber, ich hätte schon früher entscheiden müssen, ganz ehrlich, was ist, Hallo Lamprache, schön, dass du anschaltest, ich hoffe, dir geht's gut, Dominik, so, dritte Runde beginnt, ich bin heiß, wir konnten heute, alle Spiele schon gewinnen, aber es gibt ja noch welche, und gucken wir mal, wer in der dritten Runde gegen mich ran darf, Recap, ich bitte dich, deine BSN-ID in den Chat zu schreiben, und natürlich auch schön, zwei Buchstaben, A und B, A und B für die 1. Runde, einmal Tiori, zweites Mal Tiori, nice, ich edite dich schon dazwischen, dann kannst du schon mal annehmen, ultra, und drei, bitte zwei Buchstaben, 10 Aras schon mal safe, und nebenbei vielleicht auf der BSN mich schon mal annehmen, Kein Problem, Sander, alles gut, ich liebe dich trotzdem, Zweite Runde, einmal T für Skulls, So, du kannst jetzt sagen, wir spielen um 20 Euro 45 Minuten, oder du pokerst weiter, wenn du verlierst, spielen wir 10 Euro Goal in Goal. Thanks dran, Jungs, damit ihr wollt, dass die Serie weitergeht, hier auf jeden Fall ein Herz oder ein Like da lassen bei dem Stream, und bitte daran denken, wenn ihr keine Streams hier auf diesem Kanal verpassen wollt von DeadFootball, dann den Kanal abonnierst und klackt und klackt und klackt. Okay, 20 Euro, endlich mal einer mit kluge Entscheidung, freu mich. Cooles Team auf jeden Fall, wir spielen jetzt um 20 Euro 45 Minuten, Du musst am Ende des Tages nach 45 Minuten gewinnen und führen. Also, viel Erfolg! Oh mein Gott, wie passt denn der? Da ist das wichtige 1 zu 0, gehen wir Jungs, gehen wir! Oh, der Lukas ist da! Küsse gehen raus an den Lukas, den Möbus! Ich küsse deine Nuss! Ich hoffe dir geht's, Bruder! Gut, Bruder! Und freu dich schon auf die Wicke, Lick, schwitzi, 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 witzi! Ah ja, Lukas, dich fragen wollt, ähm, schick mir bitte mal in WhatsApp dein Streaming-Room, weil der gefällt mir! Mach dir mal ein Foto, bitte! Weil es so Licht geben, Alter, wo die ganzen Viecher da motiviert werden zu mir zu kommen. Oh mein Gott, ich wollte es so nehmen, ich schwöre auf alles! Boom! 2 zu 0, wichtig! Lackabprall, aber egal! Der Frock kann er mehr dann auch ganz, da müssen wir mal nur das Wasser nachschütten. Aber bitte nicht auf die Tastatur! Bravo, Mario, du hast es schon wieder geschafft! Ganz wichtig, Jungs, die nächste Runde geht direkt um 100 Euro! Was ihr dafür tun müsst, werde ich euch sagen! Bleibt auf jeden Fall dran, jetzt wird es schwitzig für 100 Euro! Da gebe ich alles, Herz und Blut! Oh! Ah, kein Fokus hat er gehabt! Boah, Empirik hat es komplett aufgelöst! Schlechtverdeidigte machen! Oh mein Gott! Da ist es! Wenigstens gewonnen noch! Einen Unterschied wollte ich einfach nicht! Geh, geh, Bruder! Schönes Spiel, gut zurückgekommen! Und ich habe dieses Wasser vorhin, dieser Giraffe gegeben, das Wasser ist warm auf einmal! Bääääh! Also, jetzt kommt die vierte Runde! Und wer jetzt ausgelost wird, spielt direkt um 100 Euro! 90 Minuten gegen mich! Und wenn er gewinnt, kriegt er die 100 Euro überwiesen! Also, let's go! 10 Millilitri! Gratulation! Bitte schick mir deine PS4-ID! Und lassen wir es krachen! Oh! Geiles Team auf jeden Fall! Um 100 Euro geht es jetzt! Es wird schwitzig, aber wir werden alles geben! Mario Army ist da! Gehen wir, Jungs! Aber dafür war das gut gespielt! Ganz wichtig! Die 100 Euro verschenken wir nicht so! Dann, Tipp Rapid gegen Alltag! Wir gewinnen 2 zu 0! Weil der Team im Stadion dabei ist! Das Update finde ich so schwachsinn! FIFA 19 ist schon echt! Ja! Ich habe es vorher schon gesagt! Wir machen das Spiel jetzt gerade noch schlechter! Damit wir uns noch mehr aufregen! Und wenn FIFA 20 daraus kommt, zeigt jeder! Boah! Geiles Spiel! Weil einfach das andere Spiel so kaputt gemacht worden ist! Das ist meine Vermutung! Ich habe eine eigene Online-Marketing-Filme! Ich weiß nicht, Marketing funktioniert! Geiler Spielzug! Komm jetzt! Das sieht wohl aus wie bei meinen Abschlüssen! Bruder! Muss komplett los! Schauen Sie durch! Geh, Geh! Seh mich! Danke fürs Spiel auf jeden Fall! Danke, dass du beim Start bist! Also, fünfte Runde beginnt jetzt! Und ich bin gespannt, wer es sein wird und wie viel spielen wir werden! Ich drücke jetzt den 4 Kandidaten! Alles Gute! Detail rein! André Bojan! Herzlich willkommen hier, dass du dabei bist! Und natürlich, dass du auch gewonnen hast! Gratuliere! Gib mir deine Playstation ID und natürlich zwei deiner Buchstaben für die erste Runde! Okay, wir sind schon Freunde! Das ist gut! Dann starte ich schon mal FIFA und du sagst A und C in der ersten Runde! Einmal Eusebio! Und nochmal Eusebio! Und nochmal Eusebio! André bitte zwei Buchstaben! Und nochmal Eusebio! Und nochmal Eusebio! Einmal Ronaldo! Und nochmal Eusebio! Und nochmal Eusebio! Und nochmal Eusebio! Und nochmal Eusebio! Da müssen wir uns noch mal pushen, Jungs, gemeinsam. Ja, gut gespielt. Ja. Ungeschlagen. Da war einer. Kick geht, André. Krasse Spiel wieder. So, wir haben es geschafft, wieder auf die Siegesspur zurückzukehren und konnten alle fünf Runden für uns entscheiden. Auch das Spiel um 100 Euro konnten wir Gott sei Dank gewinnen und somit sind wir diesmal bei null geblieben von den Auszahlungen her. Aber ich glaube, es hat euch trotzdem wieder Spaß gemacht. Das eine oder andere Spiel war auf jeden Fall spannend. Ja, wenn ihr Fragen habt zu dieser Serie, wir werden Steht und Zweite entwickeln. Wir werden immer Gas geben, wir werden immer das Feedback annehmen, wir werden die Kritik annehmen und wir werden stets weiter daran arbeiten, dass die Serie einfach noch, noch, noch besserer wird. Dafür müsst ihr Folgendes machen. Erstens mal einen Daumen hoch da lassen für Dets Football und für mich natürlich, damit wir weiter in dieser Serie durchziehen, zweimal die Woche. Und natürlich in die Kommentare, ballert alles raus, baller, 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 was ihr wissen wollt zu der Serie. Oder zu meiner Person persönlich oder vielleicht Wünsche für zukünftigen Content. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt zu meinem neuen Booster. Ich habe mein erstes Merchandising rausgebracht, ein E-Sport Booster, der für euch langfristig auf jeden Fall für Turniere, für die Weekly League und für Konzentration ist. Also checkt es auf jeden Fall ab. In der Linkbeschreibung ist auch der Link zu meinem Shop für alle wichtigen Informationen. Ja, dann sage ich natürlich wiederum danke fürs Zuschauen. Hat wieder richtig Bock gemacht mit euch. Zu guter Letzt natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal nicht abonnieren vergessen, Glocke aktivieren, sonst verpasst ihr keiner der weiteren Videos mehr für FIFA 19 und FIFA 20. Wir werden ballern, 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 ballern. Alles Gute, alles Liebe, euer Mauro Whisker. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.